Ich habe zwei ganz wichtige Themen. Natürlich in einer Zeit, Fridays for Future, müssen wir uns mit unserem Klima auseinandersetzen. Gerade wir in der Politik müssen auf eine gewisse Nachhaltigkeit, damit unseren jungen Menschen das Leben in unserer Welt auch noch entsprechend ermöglicht wird. Und ich habe auch noch einen zweiten Punkt, der mir wichtig ist, und das sind die sozialen Medien. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir unsere jungen Leute führen und leiten im Bereich der sozialen Medien. Unser Landkreis Tierschenwald hat das T1. Das ist für mich eine ganz wichtige Stelle, genau um diese Art der Kommunikation über die sozialen Medien zu führen und zu leiten in eine geordnete Bahn.